Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für sechs Monate alle deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen du anrufst und wann. Wann du dein Handy benutzt und wo. Wann und wo du dich ins Internet einloggst und welche Seiten du besuchst. An wen du E-Mails schreibst und wieso. Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an, verfolgen mit wem du chattest. Oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten. Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder ganz neue abspeichern. Wir hatten in Deutschland noch nie einen international geplanten Terroranschlag. Aber mit dir und den 82 Millionen neuen Terroristen müssen wir gut aufpassen, damit das auch so bleibt. Ein neuer Personalausweis, der unter anderem Fingerabdrücke speichert, mehr Überwachungskameras und noch viele andere Überraschungen sind schon auf dem Weg zu dir. Denn du bist Terrorist. Dasえて, du bist der Öумien Bundeskfilm der FDA-Kameras und los Verfügungsscheckscheckscheckscheckscheckschocksaive.com Leonida-Dieter. Wir- filsmann Bonnie-Dieter.